Mein Name ist Silke Hellmich, ich arbeite für das Kompetenznetz Maligne Lymphome. Das ist ein Forschungsverbund von Ärzten und Wissenschaftlern, die zu Erkrankungen des lymphatischen Systems forschen und deren Ziel ist, dass Wissen, was eben über Jahre generiert wurde oder was aktuell auch auf Kongressen dargestellt wird, möglichst schnell zu den Patienten, zu den niedergelassenen Ärzten, zu den Ärzten in die Klinik zu bringen. Wir machen zusammen mit der Firma Streaming Factory seit vier Jahren Videoberichte von großen internationalen Konferenzen. Wir sind in Lugano gewesen, in Stockholm, berichten jetzt hier erstmals aus Orlando vom weltweit größten hämatologischen Kongress. Die Zusammenarbeit mit Streaming Factory hat sich total bewährt. Wir haben einen enormen Qualitätssprung machen können. Es ist ein sehr professionelles Team, die unsere Ideen aufgreifen, die Ideen gut umsetzen können, die auf den Punkt arbeiten. Es ist unkompliziert, es ist menschlich nett, wir sind rundum zufrieden und können die Streaming Factory mit gutem Gewissen empfehlen.